hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Kornwelt zur letzten folge am heutigen samstag schön dass du dir die zeit nimmst und hier wieder reinschaust ja was habe ich heute vor ich möchte gerne das fahrsilo jetzt noch leer kriegen und dann wollte ich noch mal ein bisschen was verkaufen kartonpalette am handel also von daher haben wir dann doch ein sehr stremmes programm das jetzt alles hinzubekommen ich würde sagen fahr mal einmal hier raus einmal hier rum ach das habe ich noch nicht schon eingebaut dann wollen wir mal hier auslagern 20 paletten ach ich bin hier auf der falschen was ist das denn jetzt hier ach ich muss ja eben kurz die aufnahme unterbrechen kann ja nicht wahr sein komm gleich wieder komm und dann bin ich wieder zurück mal gucken vielleicht mal zwei drei minuten nach oben drauf geben hier auf die folge für diese kleine unterbrechung ja neben uns das feld 19 wird ja sojabohnen geerntet ich bin mal gespannt wie viel uns das dann nachher noch bringt vor allem muss man bis zum ende dreschen ich habe jetzt nicht wieder eine mitteilung gesehen wie viel dann da da herum gekommen ist jedenfalls sehe ich dass der kontostand rapide nach unten sinkt muss der wieder rapide nach unten sinkt der kontostand wir werden auch viele viele helferleine im einsatz haben und dann haben wir jetzt die sämaschinen die ja saatgut und dünger verbrauchen im einsatz wir werden mal überlegen ob ich hier noch behalte den anhänger oder ob ich dann sage ok ich hoffe es ist so ein großer trailer da kann man dann auch den halt nutzen ich fahre auch wieder hier in der innenansicht ich wollte auch mal geguckt haben wie lange dann die drescher noch brauchen bis sie denn mal fertig sind und den naja gut wir haben mehr Zeit wir spielen ja Gott sei Dank mal eins also von daher wir brauchen uns jetzt die Zeit nicht davon es gibt auf jeden Fall hier noch das eine oder andere Feld was wir dreschen könnten aber ich gehe davon aus wenn wir Feld 19 gedroschen haben dann war es das und wie ist das zu uns gewesen gewesen ja was macht ihr dieses Wochenende ich weiß noch nicht was ich dieses Wochenende mache wochenende ist meine Familie zum Geburtstag eingeladen aber er kennt mein Problem daher ich halte mich schon sowas fern und daher bin ich dann allein nicht hier zu hause mal gucken was wir schon machen mal gucken was wir schon machen aber vielleicht habe ich dann Zeit endlich mal wieder ein tutorial aufzunehmen wäre er auch mal wieder schön die Zeit auch dazu wieder finden würde ja im spiel am 18.12 Uhr ich weiß jetzt gar nicht wann die Zeit vor spiel ich werde gerade nochmal nachgucken so die Zeit spielt um 19.30 Uhr oh 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 die sind dann auch mal ein drehsch und da habe ich mir auch noch ein bisschen Sorgen drum so die Paletten sind alle fest ja die Paletten sind alle fest so wir wollen da klar nicht wieder Geisterfahrer spielen sollen jetzt mal fahren wir erst über die Brücke und dann auf die Auf den Highway 55, oder Route 55, ich persönlich war noch nie in Amerika, ich kann Amerika nur aus dem Fernsehen, ich schätze mal wie die meisten von euch auch Und go! Und weiter geht's hier auf der Kornwelt. Morgen am Sonntag gibt es denn vier Folgen von der Nordfriesischen Marsch. Die werde ich wohl am Freitag aufnehmen, müssen wir mal gucken, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall jetzt gleich erstmal eine Pause machen nach der Folge. Aber die Aufnahmeflächen wollte ich schon nicht beenden, da wollte ich erst mal essen und mit der Runde gehen. Und dann ja, wollte ich glaube ich noch die Folgen für Dienstag aufnehmen. Genau, Dienstag kommen dann wieder um 14, um 16 und um 18 Uhr eine Folge. Ich weiß, ich habe jetzt von den Verkäufen nichts in die Schuldentwicklung gesteckt. Aber das geht aber im Moment nicht. Ihr seht, wie das Geld da oben runter ratschert. Da brauchen wir jeden Euro, den wir haben, um nicht noch weiter in die Schulden zu rutschen. Weil das ist davon schon, wenn man am allerwenigsten möchte. Dann bin ich schnell überlegen, was wir dann machen werden. Aus den Grasfeldern, wo wir die hinbringen. Ob wir die wieder zu Silageballen machen. Und die dann wieder ins Silo schmeißen oder ob wir das Gras direkt in den Fermenter bringen. Wir müssen dann dazu Silage verarbeiten lassen. Was ein bisschen schneller geht. Aber vielleicht werden wir das auch teils teils machen. Ich weiß es noch nicht. Dann werden wir mal schauen, wie das Ganze dann weiter geht. Erstmal muss ich auch mal wieder hier eine neue Wachstumstufe geben. Ich bin gespannt, ob dann jetzt hier im Herbst nochmal einen Schnitt vom Gras erleben werden. Vor allem bin ich schon auch mal hier auf den Winter gespannt. Ich schlafe jetzt mal lieber hier drinnen und bevor ich jetzt wieder ins Menü gehe. Oh, hier kommt noch jetzt die Kurse. Eine Kurse. Echt? Aber dass ich mich auch hier sehen. Echt? Echt? Dann? Ok. Echt? Echt? Becker ist es. Echt? Eine Kurse. Echt? dann werden wir jetzt schon in der dienstags folge mal gucken mit den tigern ob ich die dann nicht umsetzen kann da komme ich jetzt glaube ich nicht mehr zu in dieser folge aber ich bin auf jeden fall schon mal hier angekommen das ging doch schneller als gedacht sehr schön ja 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 nochmal 54.000 das ist doch ein hübscher tag heute und dann würde ich den kollegen jetzt hier zum shop schicken damit wir gleich den anhänger hier verkaufen können und dann kaufen wir uns dafür den sattelauflieger jetzt gucken wir mal welcher hier fertig ist der ist aber komischerweise bis zum ende gefahren hier ist ja irgendwo das stopp schild oder ja genau der ist richtig gefahren der andere nicht das ist echt komisch abfahren lassen jetzt stellen wir den mal hier auf 1 rechts ein am ersten wegpunkt und dann mal gucken was er da macht was macht er denn hier hallo was veranstalten die denn hier für naja lassen wir die mal dieses komische ding da veranstalten ja das ist so der wohnheim weg wenn wir den zuckerrögen weg oh ah der ist mittlerweile hier angekommen naja sehr schön der braucht nach 7 stunden 38 bis er dann ach du scheiße so locker ein spieltag mit mir beschäftigt was war der denn hier also ich weiß nicht was questplay hier macht aber dann sieht alles ein wenig komisch aus also das sieht auch sehr komisch aus so fangen wir hier zwar ein stück vor jetzt hoffe ich mal dass ich hier dass ich das quasi über der valet kriege bevor die uhr vorspult damit wir die einem online die bga hier kriegen jetzt mal wo j 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 jetzt bin ich ja so schätze mal der voll ist ja vielleicht schaffen das ja doch noch in der folge den zieger da umzusetzen wäre auch nicht verkehrt die zuckerrübenernte sind jetzt auch schon ewig kalten dran ja 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 Hey, was ist denn jetzt hier noch Silage, oder was ist denn da? Hä? Da kann man sich jetzt wieder nicht verstehen, oder? Ja Hä? Ja 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 Geht? Das ist die Lage. Die hängt ja noch an der Wand. Ich verstehe noch nicht, warum er das hier nicht lädt. Die Hände sind komisch. Das ist nicht die Lage. Das ist nicht die Lage. Das ist nicht die Lage. Hä? Geht jetzt wieder nicht hier raus. Jetzt hast du wieder aus dem Spiele kippt. Wieder. Nochmal. Und sie kann eben mal hier weiter. Und dann ist gut. Den können wir dann mal hier entlassen. Das haben wir immer mit dem hier. Ach das war schon einander. Okay. 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 Und jetzt. Beim Schauen wir mal, wo es nicht läuft. Ah, jetzt comments. hey was ist das denn jetzt? warum ist das Ding jetzt schon oben? hey, was ist das denn? so, sehr witzig hier normalerweise kriege ich hier normalerweise keinen Punkt hoch hier oben und jetzt auf einmal in der Waschstelle habe ich den Punkt nicht ganz oben also das ist mal wieder ein Phänomen hier das ist aber jetzt auch mal hier ein Phänomen das ist auch ein Phänomen das ist auch ein Phänomen das ist doch sehr leid das ist doch sehr leid als wäre das sehr leid Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hoffentlich funktioniert das jetzt Auf jeden Fall kann man jetzt davor fahren, in die Waschrad rein fahren, glaube ich nicht, da nicht können, aber irgendwie stand wie ein Problem in der Halle Vielleicht zwar auch noch nicht, aber gut So, wo wollte ich die denn jetzt hinstellen? In welche Halle? Ach, hier draußen war da noch irgendwo eine Halle, ne? So, direkt hier vorne Da war doch noch eine Halle hier So So hatte ich das jetzt mir nicht vorgestellt Ah, gott, gott, gott Mein gut, dass das kein echter Hänger ist Der wäre jetzt mal voll ramponiert Der wäre ja voll im Arsch Ja, das war es dann schon wieder für dieses Wochenende Schön, dass ihr eingeschaltet habt Danke, dass ihr euch die Zeit für diese ganzen Folgen genommen habt Das unterstützt ihr meinen Kanal wirklich sehr Und ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht morgen im anderen Projekt Da gibt es auch nochmal vier Folgen von mir Und auch da nochmal reinschaltet Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Rest Samstag Ein schönes Rest Wochenende Ja, genießt es Lebt es Bleibt gesund vor allen Dingen Und das ist das Wichtigste Und ich bin raus Und Ciao